Ich verstehe ja, dass Sie und Ihre Männer ihren Job machen müssen, aber wir feiern gerade den Geburtstag meiner Tochter. Es tut mir leid, aber wir kommen jetzt rein. Das ist kein Problem. Wir haben nichts vor Ihnen zu verbergen. Mein Mann ist ein guter Mann. Verwechseln Sie seine Ehrlichkeit nicht mit Schwäche. Er hat Respekt verdient. Das war wirklich sehr respektlos. Ich führe eine seriöse und saubere Firma. Und ich kämpfe bis zum Ende, um das zu beweisen. Die Zeiten sind gefährlich. Wir müssen uns anpassen. Es ist nicht mehr wie früher, als wir noch gefahren sind. Los, los! Es gab hier im letzten Jahr mehr Morde und Vergewaltigungen als je zuvor, wenn Sie gekommen sind, um mir zu sagen, dass wir ein akutes Sicherheitsproblem haben. Das ist mir bewusst. Das kann so nicht weitergehen. Du führst ja einen Krieg. Sie haben vor zwei Jahren begonnen, in meiner Branche zu ermitteln. Haben Sie irgendeine Ahnung, wer uns das antut? Tja, vielleicht tragen Sie selbst dazu bei, dass Ihnen das passiert. Ich habe mich immer für den ehrlichsten Weg entschieden. Das Ziel steht für mich nie in Frage. Nur der Weg, über den man es erreicht. Wo hast du die her? Deine jüngste Tochter hat sie im Gebüsch vor unserer Tür gefunden. Das ist nicht nur eine eingeschlagene Scheibe. Dein Kind hat mit einer geladenen Waffe gespielt. Der Staatsanwalt erhebt in 14 Punkten Anklage. Wir haben es nur etwas zu weit getrieben. Das ist alles. Wir dürfen nicht zulassen, dass es so weitergeht. Wenn einer dieser Kerle jemanden erschießt, ist das das Ende von allem, wofür wir geschuftet haben. Gegen Sie laufen jetzt schwerwiegende Rechtsverfahren. Sie reichen von Betrug bis hin zu Steuerhinterziehung. Das war nicht Glück, dass dir all die Jahre geholfen hat. Das war ich. Ich will mit dieser Sache nichts zu tun haben. Wenn man Angst davor hat zu springen, genau dann muss man springen. Sonst tritt man für den Rest seines Lebens auf der Stelle. Und das kann ich einfach nicht. Sonst tritt man für den Rest seines Lebens auf der Stelle.